Der Weltranglisten 5. besiegte den Kroaten Borna Koric 6 zu 4, 6 zu 4 und spielt in der Vorschlussrunde Samstag 1,00 Uhr MESZ gegen den Spanier Pablo Carreno Busta um seine erste Final-Teilnahme in der laufenden Saison. Im zweiten Semifinale stehen sich der Argentinier Juan Martin Del Potro und der US-Amerikaner John Eisner gegenüber. Zverev feierte in der Runde der besten 8 als letzter Deutscher im Turnier seinen ersten Sieg gegen Koric. Die beiden bisherigen Duelle hatte der 20-Jährige verloren, zuletzt im vergangenen Jahr bei den US Open in der zweiten Runde. Gegen Busta, der sich im Viertelfinale als Nummer 19 der Welt gegen den an Position 6 gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson mit 6 zu 4, 5 zu 7, 7 zu 6, 8 zu 6 durchsetzte, hat Zverev noch nicht gespielt.